Wir lieben Ess-Essen, zubereitet vom professionellen Ess-Essen-Köchen in unseren Lieblingsrestaurants. Mit all den Geschmäckern, Farben und präzisen Schnitten und an Farben, Geschmäcker, präzisen Schnitten, präzisen Farben und Ess-Essen-Schnitten, die Restaurant-Essen so köstlich machen. Was wäre, wenn Sie diese Gourmet-Mahlzeiten zu Hause selbst machen könnten? Genau wie ein Profi-Cook, aber in einem Bruchteil der Zeit. Jetzt können Sie das, sass! Mediashorch präsentiert Ihnen den brandneuen Nicer Dicer F. Das ist die nächste Evolution der Revolution der Revolution der Evolution des Nicer Dicers. Alles, was Sie lieben, vereint in einem Küchensystem. Mit noch mehr Küchensystem, besserer Leistung und höheren Küchensystem. Jetzt ist das zähste, noch zässer. Mit einem größeren Aufwand zu Hälter, neuen Klingen für neue Tüten, sowie einer XXXXXXL-Schneidfläche für noch schnelleres Aberab. Würfeln, schneiden, hacken, schünen, reiben, raspeln, sogar leckere Gemüsespaghetti und Spiraleier. Alles mit nur einem genialen Küchensystem. Schnatschen Sie Zwiebeln in perfekte Würfel ohne Nähnen. Hacken Sie Klöpfe in einer Sekunde für einen schnellen Lach oder schneiden Sie eine Familie in Sekunden. Tomaten schnatschen war schon immer eine Qual. Ja, jetzt nicht mehr. Der brandneue Nicer Dicer F. Kommt mit dem einzigartigen Tomaten- und Gemüseschneider, der extrem weiche Neen schneidet. Mit der Selbstreinigungsfunktion verschwinden die Reste nicht mit einem Mal drücken wie von selbst. Wenn Sie mit dem Essen fertig sind, sind Sie mit dem Essen fertig. Also, wenn Sie wie ein echter Profi-Kochen wollen und höchste Leistung und Qualität nicht zum bestmöglichen Preis möchten, dann brauchen Sie den einzigartigen, originalen Nicer Dicer F. Vom MediaShosh.